Hey, schön, dass ihr wieder da seid und wir machen heute mal ein Roadtrip-Video-Clip oder sowas in der Art. Wie auch immer es ihr nennen möchtet oder was auch immer. Ja, also ihr merkt, wir sind wieder on Tour. Family ist wieder mehr oder weniger fit. Ich hoffe, euch gefällt das Format. Ich bin am Ausprobieren. Wie ihr merkt, ist der erste Clip etwas kurz geraten. Da mir gleich zum Anfang der Akku ausgegangen ist, obwohl ich der Meinung gewesen war, ich habe die Kamera ordnungsgemäß aufgeladen. Aber gut, egal, was soll's. Glücklicherweise hatte die zweite noch ein paar Minuten Akku für mich übrig und hat uns einfach diese schönen Momente mit auf den Weg gegeben. Jetzt könnt ihr mal eure Kommentare oder Meinungen oder was auch immer unten reinschreiben. Vergesst nicht den Daumen hoch oder runter. Spielt für mich auch keine Rolle. Wurst! Hauptsache ihr habt Spaß dabei und wir sehen uns auf jeden Fall. Morgen ist Gotik. Da werde ich auf jeden Fall ab 17 Uhr bestimmt live on Air sein auf YouTube. Also das wird bestimmt der Opa Knaller. Seid gespannt. Wir sehen uns. Habt eine geile Zeit und tschüss. Schönen Out! Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020